Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Drakensang am Fluss der Zeit. Liebe Leute, wir sind hier in der Zollfeste in Thurstein und haben hier folgende Aufgaben zu erledigen. Wir suchen diesen Blumfeld. Wir müssen schauen, dass wir den Vorkrim auf unsere Seite bekommen, der da wirklich jetzt einmal, der der Radau macht. Ein Wahnsinn, dieser Kerl. Wir sind ja gerade in der Küche, wo wir in der letzten Folge gekämpft haben und werden uns natürlich hier jetzt eindecken, was heute geht. Und ja, wir müssen Blumfeld, diesen Blumfeld finden. Und somit, können wir nicht rein und somit, wenn wir da ist, dann mal. Können wir das machen? Ja, 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 jawohl. Sehr guter Loot. Cool. Na, guter Loot, naja. Na, egal. So, also. Schnell speichern. Ich werde jetzt natürlich auch das Spiel so speichern. Und wir werden jetzt da rein marschieren. Oh, Leute. Oh, oh. Ähm, ich sage nur... Ich glaube, es passiert jetzt, oder? Weiß ich nicht. Bei Fex, das sieht nicht gut aus. Los, werfen wir einen Blick über die Brüstung. Stoß des Radfeggers abgegeben. Ja, okay. Also. Wir haben einen Fass einmal. Da unten reckt das mal. Ah, das ist so super, Leute. Tja, diesmal hat es unser kleiner Freund wirklich geschafft, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir müssen sehen, dass wir es irgendwie bis zum Torhaus schaffen, wenn wir weiterkommen wollen. Freundlicherweise haben die Waffen ihr großes Schießgerät direkt unter den Fallgitter abgestellt. Wenn sie uns nicht bemerken, haben wir ihnen eine kleine Überraschung vereint. Gut, aber auf dem Weg dahin müssen wir die Bogenschützen ausschalten. Frau Krim wird den Pfeilen nicht ewig ausweichen können. Alles klar, am besten wir stören den Bogenschützen nicht. Solange sie mit Frau Krim beschäftigt sind, so verdienen wir wenigstens mit mir von seiner Torheit. Ich wäre ja fast versucht, euch zuzustimmen. Aber im Interesse unserer Mission sollten wir ihr wohl lieber helfen. Wir schleichen uns an sie heran und schicken sie einzeln Schlafen. Okay. Was passiert, wenn sie uns entdecken? Dann werden sie uns angreifen. Also sollten wir das möglichst vermeiden. Andernfalls können wir nur hoffen, dass Frau Krim sie so in Atem hält, dass wir nicht gleich die ganze Bande am Hals haben. Ah, stimmt auch wieder. Aber meint er nicht, dass die anderen Waffen es bemerken, wenn wir von ihnen das Licht ausknipsen? Nun, sie sind abgelenkt. Und diese Balliste da unten macht einen ziemlichen Lärm. Und Frau Krims Gebrüll mal nicht zu reden. Ich denke, die haben eine Chance. Na gut, schnappen wir uns, die Kerle. Wir braten ihnen eins rüber, sodass sie nicht mehr uns, sondern nun sterben sollen. Aber wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir sie erwischen, während sie von Zählen abdeckt sind. Und ja, ist okay. Leute. Der Vorkriebe da unten. So, Leute. Es wurde Pfeile. Der Vorkriebe läuft da unten herum. Das geht ja. Anschleichen. Sie schießen auf ihn. Der rennt hier herum. Es ist so lustig. Der Vorkriebe. So, einer sind rüber. Zwölfmal Pfeil, einfacher Verband. Zwei Silber-Taler. So, wir müssen wie wieder warten, bis er Pfeile holt. Ich speichere mal. Ja, wir müssen immer warten, bis er die Pfeile geholt hat. Sonst entdeckt er uns, wenn wir dann bei ihm sind. Ich habe nichts, keine Pfeile mehr. Ja, komm. Ich muss mal schnell nachschub, das ist okay, Jungs. Tja, vor Krim läuft der unten herum. Komm, hol Pfeile. Diesmal erwische ich ihn. Was ist der Knab? Hinterschlagen. Zack, der ist hinüber. Ja. Ha, ha, ha. Ein Silber-Taler, 19 Pfeile, einfacher Verband. Ja, wir brauchen genügend Verband, Leute. Was haben wir hier? Schleichen. Ah, wir sind im Schleichen. Wir stinken. Weiter geht's. Puh. Ah, okay. So, jetzt warten wir mal. Bis der Pfeile holt. Wechsel schon mal in den Schleichmodus. Ich wünsch dir, jemand würde mir mal endlich helfen. Ja, bist du immer schuld. Wir müssen sich einfach nicht treffen. Wir brauchen gleich neue Munition. Ja, komm. Tsch, da habe ich... ...wieder vor Krim-Milton läuft. Ich muss mal schnell nachschub besorgen, Jungs. Hol Pfeile. Dass die mich nicht sehen. Jetzt habe ich dich. Es schmeckt schon wieder vorbei. Tsch, tsch. Tsch, tsch. Tsch, tsch. So, hol die neue Muni. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah. Tchee. Hol Pfeile. Gib eine Ruhe. Hahaha, Leute. Komm doch. Vorsichtig sein. Vorsichtig. Und tschau. Haha. Zwei Silbertaler. So. Auf Modus. So, dann weiter. Das dürfte der letzte sein, oder? Gleichmodus. Ah, Leute. Ganz verwinkelt hier. Ah, verwinkelt sind aber ganz heikel. Komm, 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 hol Pfeile. Ich glaube, das sind dann die letzten. Zwei. Da kann es sein. Jetzt hab ich dich. Mist, kommt wieder vorbei. Super, der läuft hier unten, der runder Vorkrim. Ich find das so süß. Er hat sich selber in die Mistlikale gebracht, dieser Vorkrim. Dieser kleine Rüder lässt sich einfach nicht treffen. Dieser kleine Rüder lässt sich einfach nicht treffen. Ich brauch gleich neue Munition. Drei Silbertaler. Verpflicht keine Pfeile mehr. Ich muss mal schnell Nachschub besorgen, Jungs. Na, hol doch. Können wir nicht's looten. Jetzt habe ich dich. Mist. Schon wieder vorbei. Warte, haben wir eine Harte 1-Kiste? Tschüss. Das ist der Hebel für das Fallgetein. Gleich neue Munition. 20 Pfeile. Äh. Ja. Ich bin überlooted, Leute. So, Handwerkskiste. Sonderschwamm, die Mannschaft, Brust, die Mannschaft, die Engel. So, dann sind wir jetzt einmal da durch. Ja. Ja. Äh. Ja. Kwanu. Kwanu-Rus. Tja, das hätten wir geschafft. Ich muss zwar sagen, dass ich von eurer Vorgehensweise nicht immer sehr beeindruckt war, aber immerhin wart ihr schlau genug, nicht diesem verrückten Zwerg zu folgen. Ja, hätten wir auf ihn gehört, wären wir nicht weit gekommen. Warum reist ihr eigentlich mit ihm zusammen? Naja, wenn er die Wache nicht abgelenkt hätte, wäre es für uns dort das Schwierige gewesen. Warum habt ihr nur so ein Problem mit ihm? Er ist schon ein zäher Bursche, aber leider auch genauso störrisch. Er hat nicht allzu viel Verständnis für die Wege des Fuchsgottes. Fuchsgottes. Zudem war unser Zusammentreffen etwas unglücklich. Okay. Er und Ardo überraschten mich, als ich gerade ein fecksgefälliges Werk an ihm. Um die Wogen zu glätten, versprach ich sie bei der Suche nach einer Diebe namens Mora zu unterstützen. Okay. Dem listigen Seidank gelang es mir, in Ferdo herauszufinden, dass sie sich bei den Piraten auffällt. Deshalb suchen wir die Burschen. Aber jetzt genug davon, wir müssen schnell weiter. Okay. Ne, super. Der Zoll ist nicht genug, wurde aktualisiert, Leute. Somit, Schnellspeicherstand. Wir gehen herunter mal. Bei allen Niederhöllen, wo kommt ihr denn auf einmal her? Gehört ihr zu diesem Zwerg? Wie könnt ihr so einfach durch unsere Festung spazieren? So. Du kümmerst dich lieber mal um mich, Scherge. Ich will ganz schnell ein paar Antworten von dir. Los! Meine Axt ist ungeduldig. Ich kann euch nur raten zu kooperieren, Herr Oberzöllner. Wenn er so von seiner Waffe spricht, geht es meistens nicht mehr aus. Ja, genau. Also gut, also gut. Nur ruhig Blut. Vielleicht können wir euch beteiligen. Die Piraten können sehr großzügig sein, wenn... Die Piraten? Ihr arbeitet mit den Piraten zusammen? Ja. Dann stammen die Schmuggelwaren sicherlich von den Piraten. Diese Verschwörung ist größer, als wir dachten. Ihr... Nicht bei allen Göttern und Dämonen. Ihr kommt hierher, bringt fast alle meine Leute um und ihr wusstet nichts von den Piraten? Nö. Klugheit. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Piraten genau aus? Ich vermute, er liefert ihnen die Ladelisten der vorbeifahrenden Schiffe. Ja, und Angaben über Kurs und Bewaffnung. Die Zollfeste war die perfekte Tarnung. Hätte nie gedacht, dass mal jemand dahinter kommt. Ja, ist so. Der Daschmann ist das. Kennen wir ja. Es gab nur einen Wagenverdacht, aber offensichtlich hatten wir den richtigen Riecher. Jetzt verstehe ich. Ihr gehört zu keiner Bande. Ihr wollt keine Geschäfte machen. Euch geht es um etwas anderes. Genau. Was sollen wir nun machen, Herr Oberzöllner? Wenn die hier jetzt von der Abmachung mit den Piraten wissen, dann... Was fragst du da noch? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie oder wir. Los, Angriff. Du scheinst ein bisschen schwer von Begriff zu sein, Mensch. Legt die Waffen nieder. Oder euch geht es gleich wie eurem Flitzebogen da unter dem Tor. Auch wenn es mir widerstrebt, muss ich dem Zwerg zustimmen. Ihr solltet auf ihn hören, Herr Oberzöllner. Genau. Niemals. Männer, macht Ihnen ein Ende. Ihr habt es damals gewollt. Dann muss es also so enden. Über ihn, Koano. Legt die Waffen weg und geht nach Hause, Männer. Überlasst diesen Verrückten seinem Schicksal. Wollt ihr wirklich den Zorn des Kommandanten heraufbeschwören? Okay. Ich sagte, Attacke! Jawohl, Herr Oberzöllner. Los, Jungs, auf Sie! Gut, Leute. Wie viele sind denn die da? Das sind ja ganz schön viele. So, Oberzöllner Taschmann. Den werde ich einmal als erster vernichten. Ein Feierriss. Mal einen erledigen einmal. Oberzöllner Taschmann. Was ist da? Offensiver Kampfstil. Warum kann er nicht? Was hat der Zwerg? Der hat ja keine Waffe, Leute. So, jetzt. Du stupst den mal oben. Du stupst den mal oben. So, los geht's. So. Weg mit euch. Ja. Ja. Bei andres Wort. Ja. Komm, komm. Hoho. Ja. Achtung. War ihr. So. Der ist von dem. Jetzt müssen wir uns im Auto mal halten. Hm? Ja. 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 Du machst dann mal aufs hier. Komm schon. Ja. Die Feierriss. Ha. Weiche. Sanyasa. Und ich, ich mache mal Finte. Auf diesen Kerl hier. Und dann zauber ich ihn mal wieder. Ja. Ja, der ist erledigt. Hey, bitte Leute. Das ist leicht. So, der ist in der Uhr. Fertig. Raus. Ah, da sind noch welche. Boah, das sind ja über viele. Das sind ja extrem viele, Leute. Weiche. Söner. Ha. Sanyasa. So, nehmt doch mal. Hoho. Komm, komm. Komm schon. Ja. 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 Ja? Ähm... Ballersams an der Bunde. Wo... du wirst... War ihr! Diesen Zöllner hier machen. Ha! Achtung! Na? So... Wie viel haben wir da? Da sind wir in der Weile noch... Schaut da noch weiter. Ja! Feuer! Ha! 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 Ja! So... Komm! Komm! Ja, das ist nicht zu einfach. Hoho! Hm? Hm? Was für ein sinnloser Tod. Irgendjemanden muss er mehr gefürchtet haben als... Ja. Na, taucht ihr Schleicher endlich auch mal hier auf? Ha! Ich dachte schon, ich müsste das hier alles alleine machen. Ha! Du bist so ein Idiot! Klingt so, als hättest du lieber noch ein paar Haken geschlagen, Kurze. Ha! Tiefstes Bedauern, dass wir dich dabei gestört haben. Ha! Mit dem lächerlichen Spielzeug von diesem Stückort wäre ich auch allein fertig geworden. Ja. Oh, nur so gingst du ein bisschen schneller. Ja. Offensichtlich haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenarbeiten, meint er nicht? Ja, ich gebe zu, manchmal ist es ganz nützlich, so einen Heimlichttur im Rücken zu haben. Solange ihr mir nicht in die Quere kommt, können wir von mir aus zusammen weiter. Na, das war ja beinahe ein Lob, nicht wahr, Frau Grimm? Ja. Und sei unbesorgt. Wenn du dir weiterhin den Schädel einschlagen lassen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Ist okay. Na gut, dann los. Leute, Leute, Leute. Dann einmal los. Ich werde mal hier looten. Bretterschild. Salbenfett, okay. Wir werden den Vorgäng des Bretterschild nehmen lassen. Und den Rest auch noch. Komm, Vorgäng, jetzt tust du mal ein bisschen looten. Ich bin überlootet. He, Vorgäng! Silbertaler. Dukaten. Silbertaler. Ja. Langschwert, Ladeliste, zweimal einfacher Verband. Vier Dukaten. Leute, das finde ich cool. Ähm. Haben wir da unten noch irgendwas? Äh. Schauen wir mal. Trommeln will ich drüber. Äh. Was mach ich hier? Ach so. Ich bin der Aspenes vielleicht. So. Was können wir hier noch machen? Ja, die Folge übrigens beenden. Äh. Wir sind schon in Überzeit, Leute. Wir machen einen Quick Save und machen beim nächsten Mal weiter. In der nächsten Folge. In Folge, äh. 29. Oder? Äh. Ich kann es schwer lesen. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen das nächste Mal weiter. Und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, kommt dann ein Bossgegner. Das sage ich auch jetzt schon mal im Vorhinein. Das wird extrem schwer. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer sage ich auch. Game over and out. Euer Zocker. Ciao.